Die erste Folge von Adam sucht Eva für 2006, Promis im Paradies, geht damit los, dass man uns erstmal vorab einige Szenen zeigt, sodass auch klar wird, ah, es wird Action geben, es wird scheppern, man wird sich angehen und man erklärt uns kurz, wie das Ganze ablaufen soll und es wird klar, aha, es wird so eine Art Bachelor-Nackt im Paradies. Los geht's damit, dass man uns ja nicht Prominente zeigt, beziehungsweise die ersten zwei sind Unprominente, der Max und die Lena. Die wirken dann auch sehr sexuell stereotypisch, wirken auch total langweilig und total verklemmt, wahrscheinlich, weil sie nervös sind und das bestätigt sich auch im Laufe der Folge, weil nachdem dann ein Tag rum ist, sind sie dann nicht mehr so nervös. Jedenfalls vergeht dann etwas stocksteife Zeit, wo die sich sozusagen mit monotonem Sprechen und steifem vor der Kamera sitzen, so ein bisschen kennenlernen und dann kommt auch schon die erste prominente Person, diese DSDS-Sara, die mit dem Pocher wohl was hatte und die wird uns natürlich dann ausführlich vorgestellt und ihr, ja, Playboy-Ding spielt ja eine Rolle, wo sie dann meint, naja, mit Nacktheit hat sie aber trotzdem ein Problem, was dann sozusagen, ich sag mal, spöttisch vom Off-Kommentator kommentiert wird, wo ich dann aber sage, also sich im Playboy nackt zeigen ist was anderes, weil ich sag mal, da wird so gefotoshoppt und bearbeitet und dann ist so, dass sie so wirklich nackt ist man da nicht. Naja, die trifft dann jedenfalls auf die zwei und der Kerl wird natürlich gleich total notgeil und springt auf die an. Naja, aber dann ist eigentlich auch schon Abend, ist wohl anscheinend nicht viel passiert und die Sarah fällt auf durch kuriosen, ja, ich sag mal, eigenen Schlafhüttenbau, wie so eine Hundehütte und mehr ist es dann aber auch nicht wirklich unterhaltsam, ist das nicht. Dann ist auch schon der nächste Tag und da gibt es dann, ich sag mal, beim Duschen-Hingucker und man setzt natürlich in Szene, oh, der Kerl guckt, wie die Weiber sich da duschen. Ja, wo soll er denn hingucken? Außerdem, die müssen sich da beim Duschen helfen, weil da eben gepumpt werden muss, damit da Wasser rauskommt, so wie das aussieht. Dann muss anscheinend Content für die Kamera fabriziert werden, denn die drei bekommen zum Basteln Utensilien und eine Anleitung, es soll wohl eine Bank werden und Sarah beschwert sich sofort, oh, nö, ich mach da nix und dies und das, das ist mir nix und, ja, stapft vorneweg und die anderen zwei hinterher. Sie kümmert sich dann um den Abwasch im Camp und jammert dann darum, oh, das ist so viel, können wir das doch machen und dies und das, also sie wirkt recht arbeitsscheu. Dann kommen die nächsten zwei, ein Adam und eine Eva, der Kuschtriem und die Ivona. Beide wirken sehr viel aufgeweckter, kommen mit der Nacktheit anscheinend besser klar und begegnen sich dann ziemlich locker und tauchen dann im Camp auf und da ist man recht überrascht, man hat nicht damit gerechnet, dass so viele Leute da auftauchen und Ivona merkt gleich, ah, der Max, der ist ja heiß, der da gerade am Bankbasteln dann ist und, ja, Ivona und Sarah verstehen sich auch gleich direkt super. Die Ivona ist beeindruckt von Sarahs Playboy-Cover. Wie kann man von sowas beeindruckt sein? Dann ist auch schon fast der Tag rum, es ist dunkel und die Boys und Girls sind jeweils für sich und, ich sag mal, sprechen über die Vorzüge der Damen bei den Kernenfeld. Die interessante Äußerung, Dunkelhäutige haben ja meist eine dicke Kiste, also bezogen auf die Sarah, die dann sowas nicht hat, also fetten Arsch bedeutet das übersetzt und bei den Girls, ja, macht die Sarah gleich klar, dass man eine verschworene Gemeinschaft ist und was die Girls so tuscheln, das wird nicht weitergesagt und, naja, die findet dann raus, Ivona ist scharf auf den Max und, haha, da betätigt sie sich gleich als Kupplerin und sorgt dafür, dass die zwei dann ein Schwätzchen halten und da finden die sich alle beide recht sympathisch. Schon ist dann auch wieder schon der nächste Morgen angebrochen und man sieht die zwei beim Duschen und er kriegt dabei wohl einen Harten. Dreht sich da auch weg, kann er aber nicht lassen, doch hinzugucken und irgendwann ist er so hart, glaube ich, so wie das jeweils aussieht, dass er sich davon schleicht. Und ein paar andere Damen, also die zwei anderen Damen, sind dann recht belustig darüber. Dann mal wieder großes Drama von Sarah und zwar kann sie nicht aufs Töpfchen gehen. Sie war noch nie auf dem Klo, wobei ich nicht verstehe, was genau, kleines oder großes Geschäft. Jedenfalls merkt sie dann später an, ich kann doch hier nicht fünf Tage kacken. Also ohne kacken. Und man ist sich einig, dass das nicht gut ist und ungesund und so. Ich fand das witzig. Das war bisher auch das eigentlich richtig Unterhaltsame. Dann gibt es ein Spielchen, wo die Sarah gewinnt und zur Belohnung darf sie auf eine Insel mit zwei Kerlen. Da ihr aber die zwei Kerle nicht zusagen, gibt sie das weiter an die Ivona und ja, die dürfen dann da ein Date zu dritt haben. Dann kommen die nächsten Leute, diesmal zwei Adams, der Köllerer und der Jesse, ein Stripper. Also einer, der wirklich sehr proletisch von sich selbst überzeugt, sexistisch ist und er gibt seinem Schwanz sogar einen Namen, Sex Machine. Also der Typ ist ultra unsympathisch. Jedenfalls die treffen dann alle beide aufeinander und sind natürlich erstmal verdutzt, äh, wo sind die Evas? Und, ähm, ja. Wir sehen dann erstmal, wie die Ivona mit ihren zwei Kerlen beim Date ankommt und dann gibt es Bilder, wie die zwei neuen Adams im Camp ankommen. Man begrüßt sich recht nett und der Stripper, also der Jesse, berührt aus den, äh, aus Versehen von der Sarah die Brust und macht daraus gleich mal einen Anmachspruch und meint, oh, das hat sich mal gut angefühlt. Äh, und dann kommen gleich noch ein paar widerliche weitere Anmachsprüche und in seinem separaten Interview fallen dann haufenweise widerliche, sexistische Äußerungen. Bäh, ekelhaft. Ähm, dann fragt man, ob Sarah beim Porno gearbeitet hätte oder dort arbeitet. Sie meint dann, nö, bloß weil sie bei der Venus jetzt das Gesicht ist, also sie macht da nix oder so. Äh, und der Stripper, also der Jesse, fragt dann die Promis aus. Auch total peinlich, also der ist so ein richtiger Fanboy. Also da kann man nur den Kopf schütteln. Also der Typ ist so ultra peinlich, aber so von sich überzeugt. Oh, 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 oh. Dann sehen wir die Ivona und ihre zwei Kerle, also den Max und den Kuschtram, oder wie der genau heißt, beim Dates. Und die zwei schmatzen dann da beim Essen und der Kuschtram rülpst dann wohl auch und das war natürlich ein riesen, riesen Drama. Erst sozusagen eschofiert sie sich so ein bisschen, die Ivona, und dann schaukelt sich das so halt hoch und sie redet dann von irgendeinem Niveau, auf das sie sich nicht herablässt und sowas. Also wegen so ein bisschen Schmatzen und Gerülpste, so ein Drama machen, also das ist wirklich erbärmlich und sich da dann für was Besseres halten, weil man nicht schmatzt und rülpst. Also, oh, 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 oh. Dann geht's bei den anderen darum, dass der Stripper Jesse die Sarah eincremen will und da wirklich wieder miese Anmachsprüche versucht. Und später beim Schlafen gehen dann dieselbe Tour. Erbärmlich, erbärmlich. Dann ist auch schon der nächste Morgen und Stripper Jesse macht irgendeinen merkwürdigen Frühsport, hampelt da rum, glaubt wohl, das macht irgendwie die Weiber geil, damit keiner sie beeindrucken. Bei Ivona und ihren Boys ist Frühstückstime und darauf folgend ist sie dann mit dem Max alleine an seinem Steg. Er liest ja da so ein Gedicht vor oder so einen Liebesbrief oder so, ich hab's nicht ganz verstanden. Und sie ist dann auf einmal wieder von ihm total begeistert und Feuer und Flamme, also irgendwie merkwürdig. Dann Duschszenen, wie frühmorgens üblich und da haben wir den Jesse, der die Marlena dazu kriegt, ihn einzuseifen. Er kommt angeblich nicht an seinen Rücken ran. Ja, da fragt man sich, wie macht er das, wenn man zu Hause allein ist? Hat er da einen Hilfspfleger oder sowas? Dann ist das Date von Ivona und ihren Boys vorbei. Sie muss sich für einen entscheiden und entscheidet sich natürlich für den Max. Dann Frühstückstime oder vielleicht das Mittagessen, ich weiß ja nicht, im Camp bei den anderen und da erzählt uns dann Stripper Jesse, was für vorsinnflutliche Denkmuster er hat. Der Mann arbeitet und die Frau muss zu Hause das Essen machen und muss einkaufen gehen und so weiter und so fort. Oh, 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 oh. Geil, finde ich aber, wie die Ivona sich lustig macht über ihn. Also sie stellt ihn so als Steinzeitmenschen da und Affen und so und klatscht da so komisch in die Hand und so. Finde ich super. Dann sehen wir, wie die Max und die Ivona da sich anziehen und dann sozusagen ihr Traumdate haben können, wollen aber beide dann auf einmal nicht mehr. Also da habe ich dann gedacht so, hä, was habe ich denn nicht mehr verstanden? Im Camp redet man dann über die Träume, die man letzte Nacht hatte beziehungsweise wohl auch die Nächte davor und so und Jesse erzählt ganz stolz, dass er diese Nacht es geschafft hat, sich keine runterzuholen, wo ich denn einfach nur so denke, äh, das und, äh, äh, äh. Dann gibt es ein Spielchen, wo die Kerle die Girls durch die Gegend tragen müssen und das wird wieder widerlich durch die Kommentare des, äh, Strippers Jesse. Wirk! Dann folgt schon die nächste Widerlichkeit vom, äh, Jesse, dem Stripper, der in seiner Strip-Kluft auftaucht und da einen Strip hinlegt und dann mit seinem Schwanz vor dem Gesicht, äh, äh, ja, der anderen da rumhampelt, ultra ekelhaft. Dann wird die nächste Eva angekarrt und zwar die Leo Bartsch von den Queensberries, die uns natürlich als große, erfolgreiche Sängerin präsentiert wird. So erfolgreich waren die dann doch nicht. Dann sehen wir, wie die Sarah und der Köllerer sich, äh, separat unterhalten bei einem kleinen, ich sag mal, Strandspaziergang und er sagt ihr, dass die halt die interessanteste ist. Und sie findet wohl ihn auch interessant. Dann kommt die Leo im Camp an beziehungsweise trifft vorher auf den Köllerer und die Sarah und da stellen wir fest, aha, Sarah und Leo, die kennen sich ja schon und im Camp natürlich, Jesse, der widerliche Stripper, ist natürlich wieder direkt notgeil. Und damit war dann auch die erste Folge vorbei. Und ich muss sagen, äh, so viel Interessantes, daran ist es dann nicht passiert. Es war doch schon ein bisschen langweilig und, naja, vielleicht wird die zweite Folge besser.